Wir waren fleißig im Livestream, denn das ist eine Schwarz-Eiche. Wir haben einen Pfad, wer den Livestream nicht gesehen hat, bzw. auch das Video nicht nachgeschaut hat. Kann ich auch verstehen, das ist ja immerhin zwei Stunden lang gewesen. Haben wir so eine kleine Expedition gemacht, mit einem Fackel Pfad, den wir angelegt haben, um dann wieder zurückfinden zu können. Und haben dann sogar Schwarzeichen, Holz, Birke und noch ein bisschen Setzlinge von einem Eichenbaum mitbekommen. Also eine normale Eiche. Was natürlich echt ganz gut ist, weil dann haben wir vier verschiedene Sorten Holz. Und damit lässt sich natürlich wesentlich mehr anstellen. Ich zeige das einmal, weil wie gesagt, nicht jeder guckt den Stream oder guckt die Videos nach. Von daher zeige ich auch mal, was wir hier unten so gemacht haben. Ihr seht schon, die Brücke ist an sich eigentlich fertig. Aber ich zeige die gerne nochmal. Hier haben wir auch das Portal soweit. Das ist hier das Podest. Und das ist ansonsten so gemacht. Auf jeden Fall immer was anderes. Und wir werden jetzt langsam vorbereiten. Oder uns darauf vorbereiten, dass wir einen Raum erschaffen, um den Wizard zu beschwören. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe auch vergessen. Warte mal. Wither. 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 Ich muss nochmal kurz nachgucken, was ich dafür brauchte. Im Stream wurde es geschrieben. Wither beschwören. Ja, guck mal. Ach, das stößt jetzt gerade der Browser ab. Nervig. Wither beschwören. So, na los. Zeig mal was. Einen Wither in Minecraft spawnen lassen. Mh, 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 mh. Er kann ein Item verschworen werden können. So, ja, das hilft mir jetzt nichts. Musst du dich hin in der Sebel geben. Achso, ja, Seelen seinstimme. So, mal gucken. Wizard-Skelette müssen wir platt machen, ne? Da brauchen wir den Schädel von denen. Ah, okay. Wird gerade geschrieben, dass ein Goldschwert die Droprate eines Wooserschädels erhöht. Und bei Wooserskeletten den dreifachen Schaden macht. Eines Diamantschwerts. Puh, nicht schlecht. Das steht doch so von wegen her. Du wirst wahrscheinlich an die 100 Skelette töten müssen, um alle drei Schädel zu bekommen. Sehr schön. So, und Seelensand. Und wird empfohlen dann. Entsprechend die Diamantrüstung anzulegen. Mhm. Suche einen guten Platz für die Beschwörung. Ich will keinen Platz suchen. Ich werde einen Raum bauen dafür. Mhm. Denn ich bin der Meinung, dass er Obsidian nicht zerstören kann. Aber das werden wir testen. Ähm, deshalb wird er unterirdisch erzeugt. Und den Raum werden wir ein bisschen weiter wegbasteln. Damit er uns dann nicht zu sehr auf den Zeiger geht, der Typ. So, jetzt gucken wir erstmal. Weil ich brauche ja Lava. Wasser habe ich. Ja, ein Eimer Wasser habe ich zur Not. So, Diamantspitzhacke. Sehr schön. Und dann werden wir mal Obsidian holen. Denn den brauchen wir ja dafür. Hm. Ja, nur wenn man sowas vorhat, mit Obsidian einen Raum bauen möchte, dann braucht man schon Obsidian. Das heißt, es wird verdammt langwierig. Ja, aber das ist gut so. Wegen den Streams im, wir hatten das jetzt im, es gab ja nochmal einen Test gestern, ähm, wegen dem Xbox-Streaming, was anscheinend erfolgreich ist, weshalb wir dann heute Abend wirklich die Xbox One streamen können. Ähm, hier blubbert es gerade so friedlich. Na, egal. Und dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise zu dem Ergebnis, dass dreimal die Woche zu viel ist. Muss ich sagen, finde ich auch persönlich. Ähm, es ist einfach, denke ich, nichts mehr Besonderes mehr an der Stelle, ne? Wenn man dann wirklich dreimal die Woche so einen Livestream gucken kann, vom Häuptling, dann denkt man sich auch so, ja, und dann, hm, 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 langweilig. Deshalb machen wir das jetzt erstmal so. Ähm, warte mal. So, zweimal die Woche. Da bleiben wir auf jeden, also bleiben wir jetzt erstmal dabei. Wir müssen gucken, ob mir das nicht doch vielleicht dann doch zu viel ist, oder, beziehungsweise. Ähm, wie dann die, die Rate des Zuschauens ist, aber ich denke, zweimal ist besser, dass das würdigt das auf jeden Fall eher. Und zwar, hm, Entschuldigung, ich muss mich irgendwie räuspern, irgendwie habe ich heute irgendwie so einen Frosch und Malz die ganze Zeit voll nervig. Ja, und zwar, dann so an der Stelle, dass, ähm, montags, halt, ne, so wie es halt auch hier verabredet war, Xbox One gestreamt wird. Und dann am Samstag PC mit Minecraft und, ja, vielleicht, vielleicht irgendwas anderem, so wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, ne. Müssen wir mal gucken, aber ich denke, das ist besser. Aber ansonsten ist das, glaube ich, zu viel, da hat man das relativ schnell über und denkt sich so, äh, ja, langweilig. Jetzt kann ich den jeden Tag sehen, das macht ja auch keinen Spaß. Ne, deshalb, um das was Besonderes sein sollte, machen wir das dann so an der Stelle. Ich denke, da, da bin ich, äh, glücklicher mit und ihr da wahrscheinlich auch. Jetzt, zwischendurch wurde gestern sogar vorgeschlagen, hey, macht doch einfach alle zwei Wochen einen Stream. Wäre auch noch eine Möglichkeit, aber das müssen wir uns dann mal angucken, wie das dann halt so ist, wie das ankommt. So, Wasser geht ja immer da hin zur Lava, das ist sehr schön. Und, so, dann schnappen wir uns die ganzen Sachen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche, weil ich, der Wizard ist nicht gerade klein. Ähm. Äh, müssen wir mal gucken, also der Wizard ist ja eigentlich hier diese drei Sachen aus Seelensand. Und dann eins, zwei, drei Schädelaufs, das heißt, drei mal drei brauchen wir schon dafür. Jetzt könnte man natürlich rein theoretisch einen Raum machen, der eben nur so groß ist, dass er gerade drin stehen kann. Und von außen macht man irgendwie einen Bereich, ein, ein Loch lässt man offen, wo man dann die ganze Zeit reinballert mit Pfeilen und, ähm, irgendwie versucht, ihn dann platt zu machen. Das wäre eine Möglichkeit, rein theoretisch. Ich hoffe, ich kriege den Stein. Wollte ich gerade sagen und wollte auch noch sagen, ich hoffe, dass nicht darunter Lava ist, aber okay, anscheinend ist darunter Lava. Es war auch nichts anderes zu erwarten, ehrlich gesagt. Genau, machen wir einfach eine Tür hin. Eine Tür hilft gegen Lava. Habe ich schon ganz oft gehört. Ja, bei Lava einfach mal eine Holztür hinsetzen, das hilft immer. Nein, nicht wirklich. So. Oh mein Gott, das ist einfach so unendlich viel Lava hier, oder? So, da ist erstmal zu. Hm, Mist, ey. Wie viel habe ich denn jetzt? 16. Uh, da waren wir schon fleißig. Okay. Sehr schön. Und dann kann ich hier fleißig weiterbuddeln. Ähm, weil ich bin gerade mal überlegen, wenn ich dann so einen Raum mit, also vier Ecken, also jeweils so vier mal vier, also ich sag mal, ähm, ich mach mal kurz hier weg, ich muss gerade mal überlegen. So planen können, also sagen wir mal, ich hab einen Raum und ich möchte den vier mal vier haben, ne? So von der Grundfläche her, dass er sich gerade so ein bisschen bewegen kann, wenn überhaupt, beziehungsweise könnte man doch sagen, ne, drei mal drei passt nicht, weil ich muss ihn ja drinnen beschwören können. Äh, dann sollte man ansonsten vielleicht sogar sagen, fünf mal fünf. Ne, irgendwie so hier. Ich nehme es mal kurz weg, das stört mich gerade. In meiner kreativen Art und Weise. So, genau, mach auf fünf mal fünf, dann kann er nämlich direkt hier in der Mitte stehen praktisch, ne, da wird er dann gespawnt. Mhm. Ja. Bei vier mal vier auch ausreichend, ich glaube, wir bleiben bei vier mal vier, das finde ich, glaube ich, besser. Wir können ihn aber so hier hinstellen, machen wir einfach vier mal fünf. Machen wir vier mal fünf, ja, das ist gut. Wann hat er innen drinne ja nämlich wirklich nur diese Felder hier zur Verfügung? Wobei, ne, 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 ich weiß, ich ändere es jetzt schon wieder, aber komm, wir machen doch fünf mal fünf. Weil die eigentliche Fläche innen drinne ist nur drei mal drei. So, das heißt, ähm, ich brauche hier eins, zwei, drei, also hier für die Grundfläche brauche ich neun Stück. Mhm. Gut. Das heißt, diese Ecksäulen hier, also hier, wo die Fackeln sind am Rand, die sind für ihn nicht sichtbar, weil hier ist ne Mauer, ne, und hier. Das heißt, ich brauche hier, insgesamt haben wir hier mit dem, jetzt muss ich gucken, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf und der Deckel sechs. Das heißt, sechs mal neun, sechs mal neun sind 54, das heißt, 54 Obsidiansteine brauchen wir. Hm. Joa, das ist ja mal nicht gerade wenig. Alter Schwede. Da hätte ich mir jetzt auch das Leichtere aussuchen können. Aber ich bin momentan der Meinung, dass das vielleicht die beste Option ist. Vielleicht. Ganz bin ich mir da echt noch nicht sicher. Äh, ich hoffe es eigentlich. Mist, dass das so lange dauert mit dem Abbau, ne. Ja, es geht schon relativ schnell mit der Spitzhacke zum Glück. Mit anderen wäre es, glaube ich, noch länger. Aber 54, alter Schwede. Naja, wir geben unser Bestes, wir geben unser Bestes. Und irgendwann haben wir es dann. Bis noch kleiner geht es halt nicht, ne. Allein schon durch diese Größe, die wir für die Beschwörung brauchen. Ähm, das wird sonst zum Problem. Gut, okay, das ist sicher. Sehr schön. Diesmal vorher nachgeguckt, ob da was ist. Äh. So, mal kurz schauen. Halt, äh, so. 26, okay. Oh Mann, ey. Dann haben wir jetzt praktisch die Hälfte. Fast. Also jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt haben wir 27. Haben wir die Hälfte. So, das geht, also mit dem Stein, da drunter geht halt immer sehr schnell, ne. Ja, dass ja der Mann Spitzhacke ist. So. So. Dass da jemand war, der dann mit, ähm, ja, Wörtern um sich schmisst, die er eigentlich nicht, also die man eigentlich nicht benutzen sollte. Wenn man halt irgendwo, ich sag mal, wenn es irgendwo öffentlich ist, ja. Also, und erst recht nicht in dem Alter, wie es sich dann rausgestellt hat, wo ich mir nur denke, ui, 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 ui. Da läuft in der Erziehung aber so einiges falsch. Ja, denn da war jemand mit einem selbst angegebenen Alter von neun Jahren, der dann da diese Wörter um sich schmisst. Also, ich muss sagen, gut, vielleicht habe ich auch nicht ganz so richtig reagiert. Ich hätte das, glaube ich, mehr ignorieren sollen noch, weil ich dann doch ein bisschen drauf eingegangen bin und dann halt vielleicht ein klein wenig da vom Leder gezogen habe dann. Ja, war vielleicht falsch. Das ist auch immer schwierig, weil man muss mal gucken, wie, wie, wie geht man mit sowas um? Normalerweise ist es am besten das Ignorieren. Das haben wir ja dann auch gemacht, ne, haben wir dann gekonnt für den Rest ignoriert. Und dann kam so dieser kleine Beisatz von wegen, ja, ich wollte ja nur in dem Livestream auftauchen. Ähm, ja, sowas kann man auch, wenn man einfach nur Hallo sagt oder zum Beispiel sagt, ähm, wie das viele andere machen, hey, kannst du mich mal grüßen? Oder zum Beispiel eine Frage stellt. Die meisten werden ja hier dann irgendwie im Stream namentlich genannt, ähm, weil sie halt eine Frage stellen, ne. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht der Meinung, dass man dann damit irgendwelchen beleidigenden Wörtern um sich schmeißen muss. Vor allen Dingen, wenn man neun Jahre alt ist mit solchen Wörtern und, ähm, dann das, erstens das und dann darf mit neun Jahren das Kind alleine YouTube gucken. Also, darf ans Internet einfach so ran. Ähm, finde ich schon grenzwertig bei dem, was man halt da heutzutage im Internet alles findet und was man auch auf YouTube für Videos findet, wo man wirklich sieht, wie andere irgendwie niederschlagen und der dann nicht mehr aufsteht und solche Sachen. Ähm, also, es sind sehr, sehr schlimme Sachen dabei, also, ähm, YouTube erwischt nicht alle schlechten Videos, ne. Und diesen, es gibt zwar so einen Filter, den man reinmachen kann, ne, so eine Altersbeschränkung, dass man sagen kann, hey, die Leute können nur rein, wenn sie so und so alt sind, sich das Video angucken. Aber, ne, dann haben sie vielleicht den Account von den Eltern oder gehen mal einfach ein anderes Datum an und schwupps, hat man ja einen Account mit einem anderen. Und, ähm, ja, weiß nicht, finde ich nicht gut. Also, kann ich nicht verstehen, warum das da so ist. Äh, ja. Hm, komisch. Ja, also, ich kann's, wie gesagt, nicht verstehen. Ich kann auch da die Eltern nicht verstehen, also, ob die sich das dann nicht angucken, was das Kind da macht, ähm, kann ich wirklich null nachvollziehen. Also, ich kenn das durch Freunde, ähm, die Kinder haben, wo dann wirklich halt dabei, wo man dabei sitzt, gerade in diesem Alter noch, äh, und, und halt dementsprechend das macht. Oder, beziehungsweise, wo die Seiten gesperrt sind. Und es dann heißt, okay, auf solche Seiten wie YouTube oder sowas, darfst du nur drauf, wenn ich dabei bin. Und dann gucken wir zusammen halt, ich gucke dann halt mit. Ne, oder man sitzt halt einfach nur dabei. Ja, die sind dann im selben Raum. Einfach, um dann halt entsprechend eingreifen zu können, wenn dann halt solche Videos kommen. Weil, ähm, man muss da echt aufpassen. Man kann die nicht alles gucken lassen. Kann man die mir gleich auf das nächste Model Combat schenken. Also, Schwachsinn. Verstehe ich nicht. Also, gut, wie gesagt, ich hab da vielleicht ein bisschen, ähm, zu vehement reagiert an der Stelle. Aber sowas regt mich halt total auf. Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe nicht diese Gleichlosigkeit, also, ähm, Gleichgültigkeit der Eltern an dieser Stelle. Warum, warum interessiert man sich nicht dafür und kümmert sich nicht darum? Ähm, man kann da ziemlich viel falsch machen an der Stelle. Wenn, wenn die die falschen Videos gucken, schwupps, bäm, hat es irgendwelche tollen Wörter drauf. Wie zum Beispiel dieses Wort. Ich denke mal, das wird durch irgendeinen von diesen Asi-Let's-Playern kommen. Die wieder nur mit Fäkal-Wörtern um sich schmeißen und rumschreien, weil sie sonst einfach nichts können. Ähm, sowas nervt zum Beispiel auch. Also, das verstehe ich auch nicht. Wie kann man sich sowas angucken? Ich will mir doch nicht angucken, wie mich einer die ganze Zeit dann anschreit. Und mit irgendwelchen dämlichen Wörtern um sich schmeißt, weil er einfach mal zu dumm zum Artikulieren ist.